Und hier, im Mausenloch, wohnt Alex, die Maus. Und im Haus wohnt Anna, das Mädchen. Anna ist ungefähr so alt wie... wie ihr. Morgens saß Anna immer beim Frühstückstisch. Grüne, grütze, weiße Milch, das Gelb vom Ei, die Marmelade rot und ein schönes dickes Butterbrot. Iiiiiiih! Wieso denn ekelstinke Käsebrot? Piki! Ab und zu! Wenn Anna das ekel-stinke Käsebrot unter den Frühstückstisch geklebt hatte, hat Alex das natürlich sofort. Hallo! Also normalerweise machte Alex morgens immer Frühsport. Ja! Und auf geht's! Galoppi 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 gal Ich hab den Käse lieb. Guten Appetit. Die Maus, die geht ins Anna haut. Rutsig, sticke, gellerschmau. Bis in Annas Zimmer wanderte ein Geschenk. Aber das ist kein Käse. Nein, ich bin kein Käse. Ich bin Villa. Auf, zieh raus. Und du? Ach so, ich bin alles. Villa schlägt. Hey, Mama, Platz da. Und auch Alex schlägt im Himmelbett. Ach, schön. Und auch Anna schlägt im Himmelbett. Ich bin zupełnieез. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020